hi leute willkommen zurück zu der bellomundi mit den germanen ja jetzt sind wir die erste schlacht wie ich es euch am letzten am ende vom letzten part jetzt haben wir es ja auch versprochen habe eigentlich ja wir stellen mal unsere truppen auf würde ich sagen können eigentlich schon mal laufen lassen ein bisschen da kann man mal so eine einheit kavallerie haben wir hier da eine einheit kavallerie und dann kann man die ganze sache mal geschwind ein vorspulen so schauen wir uns mal die einheiten an sehen noch ganz freundlich aus so jemand hätte ich auch gerne zum nachbarn oder diese sexy germanen sexy unterhosen naja wie auch immer da kommen die gegner kommen die ersten gegner da können wir gerade mal eine runde rein reiten ich hoffe das wird was aber eigentlich sollt schon oder passt na gut dann werden wir jetzt erstmal kurz weg sammeln mal kurz da hinten unsere reiter die andere einheit so greifen wir gleich mal mit unserer kaff an die hoffentlich auch sperre ja hat ja hat sie das freut mich doch so sollte diese ersten einheit hier den rest geben jawohl schon flieze unsere männer gewinnen die schlacht wenn wir so weitermachen zerschmettern wir den feind habe mir das ganze ja um ehrlich zu sein ein bisschen besser vorgestellt so von einem effektivitätsgrad her meine ich aber naja was sollts sind halt eben germanen nicht die kavallerie von denen ist vielleicht nicht ganz so gut den feind hat es schwer erwischt er hat die hälfte seiner männer verloren bin immer noch am überlegen welche einheit das besser ist also ob es diese komischen schild und knüppel typen sind oder ob es nur die fette knüppel typen sind ich bin mir da immer noch nicht so sicher wer davon jetzt effektiver ist die einheit ist tot oder wie komplett ach schön ja warum eigentlich nicht gell na gut die verluste sind relativ riesig um ehrlich zu sein äh verhältnismäßig habe es mir weniger schlimm vorgestellt um ehrlich zu sein wie gesagt aber anscheinend sieht so aus als wären die einheiten ungefähr gleich schlecht oder gleich gutes schiss im auge des betrachters äh jetzt sollte diese einheit kaff hier auch gleich fliehen äh diese einheit gegner hier meine ich blöd nur jetzt dass die gegner grad auf die auf den dorfplatz gekommen sind was aber auch kein problem mehr sein sollte die wird es gleich mal ganz schnell wegreißen hier die gegner oder auch nicht wenn es keinen anstub gibt gut die feindliche armee fliegt der feind ist am Boden zerstört ein großer ja 132 gegner äh soldaten haben wir verloren oder ja ähm gut ich möchte meinen dass das ganz okay war ähm hätte besser laufen können wie gesagt ähm war auch so ein bisschen doof dass die gegner oder schon unsere kavalerie hinterher gesprungen sind ähm 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 äh ähm 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 ja das ist doch vielleicht schon besser der wenigstens nur 32 den nehmen wir mal gut denari denari und so oh die sind jetzt nicht so freundlich da drin aus in der stadt ähm ist das etwa ein loser den niemand leiden kann in der stadt oder wie äh äh ähm kann man durchgucken sieht jetzt eigentlich nicht so aus ähm schicken wir den jetzt einfach mal mit diese stadt da rein oder äh den schicken wir mit der armee hier mit und schicken sie da rein so so äh ja hier habe ich übrigens ist mir aufgefallen ich hätte ja eigentlich schon noch den äh markt bauen können das habe ich einfach letztes mal noch gemacht bevor ich den part begonnen habe das wollte ich nicht unbedingt auch noch aufnehmen müssen ähm so wir haben jetzt 1200 ähm das ist natürlich sehr cool ja in den zwei städten lohnt sich das jetzt nicht so sonderlich ich meine hier haben wir einen handel von 76 das ist jetzt nicht so der hammer der drüben ist jetzt zwar auch nicht perfekt aber wenigstens ist auch hier von 100 deswegen bauen wir das jetzt erstmal da so äh gut dann würde ich sagen bauen wir hier mal ein paar straßen das kann mir zu wert auch nicht schaden erst mal ein bisserl unsere wirtschaft aufbauen weil die sieht jetzt nicht so sauber aus um ehrlich zu sein gut äh können natürlich jetzt auch erstmal zu den norikern hier hin ach da sind sie ja schau da ist etwas was du willst zu sprechen die Antwort auf dem ich glaube ist nicht das habe ich jetzt zwar gerade nicht ganz so verstanden jetzt wollten sie uns keine karteninformationen geben was aber an sich eigentlich nicht so schlimm ist weil die haben sowieso nur dieses gebiet hier bei den geiern war es jetzt wichtiger am wenigstens haben wir ein handelsabkommen mit denen mit den römern möchte ich mich eigentlich ganz gut ganz gerne verbünden um ehrlich zu sein so ähm ja gut was haben wir denn schon noch hier hinten so schicken wir mal den spion mal hier rum makedonische prinzessin ok hier können wir mit dem markus dieses gebief so ein bisschen auf decken vielleicht da ist der und man kann die ja nicht töten als w ach ich so ich würde wissen die die wir auch haben e gut dann bis gleich so und die nächste schlacht dieses mal in der anderen stadt da müssen wir grad mal unsere truppen gleich aufstellen Ist das gerade nicht Troja Musik gewesen? Hat sich das gerade so angehört? Wir stellen unsere Truppen noch ein bisschen weiter nach hinten auf. Ich will sie ja hier in meinen Kavalerieangriff reinlenken, unsere werten Gegner. Brauchen wir ein bisschen Spielraum, vielleicht muss man ja mal eine Einheit umgehen oder so. Wenn ich das jetzt da rein haue, was passiert dann? Naja, kann mir jetzt hier halt nicht unbedingt schaden. Die müssen wir mal catchen da hinten. Mit der Kavalerie reifen wir mal da draußen rum, mit der Kavalerieeinheit auch. Wenn wir die dann nämlich catchen könnten, dann rennen wir da mit unserer Kavalerie hinten in den Rücken rein. Gut, jetzt kommt die Kavalerie. Gut, diese Skirmisher sollten eigentlich gleich tot sein. Diese Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Wenn wir aufrecht und standhaft bleiben, ist der Sieg unser. Aber ich muss ehrlich sagen, diese komischen Truppen, die wir hier haben, sind ziemlich miserabel. Den Feind hat es schwer erwischt. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. Die feindliche Armee fliegt. Das ist ein klarer Sieg. Die Truppen, die wir so haben, sind schon ziemlich schlecht, oder? Aber Gott sei Dank gibt es ja noch bessere Truppen, die wir irgendwann rekrutieren können. Muss ich gleich mal schauen in unserer Hauptstadt, wie es damit aussieht. Vor allem mit denen können wir nicht lange kämpfen, weil die können ja gar nichts. Das ist das Feind von allen, die uns entspannen. Victory! Diese Leute sind jetzt vor uns, mein Herr. Ja, das ist okay. So, ähm, wir bauen erstmal Straßen hier aus. Hier oben. Will ich gerade mal gucken, okay, wir können gerade keine bessere Kaserne oder was weiß ich rekrutieren. Das ist natürlich cool, ja. Ähm, dann holen wir uns hier mal die 10% bessere Zufriedenheit in der Stadt. Das ist ja kein Fehler. Und, ach, was soll's, wir holen uns jetzt hier doch dem, ah, wobei, hier oben wir uns erstmal die Farm, gehen hier mit dem Steuersatz 1 runter, bauen hier das da aus, bauen das hier, okay, gut, dann haben wir keine Kohle mehr. Wir haben irgendwo einen neuen General. Ah ja, hier. Lord? Ja! Manus darf gerne mal da hoch gehen. Ist toll, wenn ein General eben schlechtere, das sind dann der Bevölkerung immer noch weniger gefällt. Das ist natürlich echt cool. Okay, da ist es gerade anders rum, als wenn der uns verreckt haben und Probleme in der Stadt da oben. Wobei wir haben ja noch hohe Steuern da drin, also passt das schon. Gut, okay. Heil, mein König! Komm und hol mich, du verdammt! Eine Ehre, Herr. Oh, jetzt habe ich vergessen, die Aufnahme zu beenden, das ist natürlich sehr schlau von mir gewesen, gerade eben. Eine Sekunde. So, jetzt geht alles wieder gut. Also, äh, Hochzeit, ja, warum eigentlich nicht, können wir machen. Äh, Riepen, können wir auffrischen jetzt. Sollte man dann ja auch machen. Ähm, na gut, das haben wir gerade gebaut, klar. Dann haben wir hier den Markt gebaut, haben wir hier, was können wir hier eigentlich bauen? Lohnt sich hier ein Markt mal, muss ich gerade mal schauen. Ja, eigentlich nicht, aber bauen wir sowieso erstmal das Ding hier. Ähm, und hier drüben könnte man übrigens schon gallische Kavalerie, gallische Kriegsbahnen und gallische Räuber rekrutieren, wenn man dieses AOR-Feld da bauen würde. Was halt in sich eigentlich ganz cool ist. Oder halt eben unsere Club-Typen. Äh, gut, ich würde sagen, wir bauen hier mal, äh, wenn ich wüsste, wie viel, 145. Ist eigentlich ganz okay. Beziehungsweise, ja, warum nicht, bauen wir das hier mal aus. Okay, gut, ähm. Dann kannst du mal hier in die Stadt rein mit deinen Truppen. Und wir lassen mal so ein paar Einheiten hier. So. Okay, das sollte passen ja eben. Ich habe ziemlich vieles an Truppen hier drin noch. Ähm. Nehmen wir vielleicht die zwei hier auch noch mit. Schicken wir die gleich mal da rüber. Sehr schön. Gut, ähm. Ich bin nicht davon. Ich bin nicht davon. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Du kannst nicht mehr NIEB-Observer. Ähm. Der Diplomat darf natürlich weiter hier runter. Ich bin bereit. Ich kann nicht mit den Römern verhandeln, nächste Runde, oder sowas. Ähm. Ähm. Auf deinem Service. Kann nicht getan werden. Auf meinem Weg. Aus den Mund. Gut, okay. Ähm. Dann, bis gleich wieder. Ähm. So. Ja. Ich finde es übrigens ziemlich schlimm mit diesem Cuts machen. Da habe ich immer sau viele Schnipsel bei mir rumfahren. Aber naja. Besser als wenn ihr euch das immer antun müsst. Weil es geht echt immer Ewigkeiten. Äh. Momentan geht es eigentlich noch. Aber später wird es glaube ich ein bisschen arg mehr. Äh. Oder ein bisschen arg nervig. Insgesamt auch. Also. Von dem her passt es schon. Äh. Ich würde sagen wir bauen hier mal noch so eine Farm auf. So. Hier können wir das dann natürlich noch bauen. Ist klar. So. Umso mal wirtschaften, umso besser. Das sollte relativ gut gehen da drüben, hier in der Stadt. Ähm. Ja. Vier Einheiten da drüben. Dann können wir uns noch überlegen, was es da oben eigentlich gibt. Und ich brauche dafür gerade mal meinen werten Spion. Das sollte mal da hochlaufen. So bis dahin so. Dann können wir nämlich gucken, ob es da oben nämlich auch noch ein Gebiet gibt. Weil dann gehe ich da nämlich vor diesem Gebiet hier hin. Ähm. Und dann müssen wir uns relativ schnell halt eben eine Wirtschaft aufbauen. Eine gute. Funktionierende. Und dann müssen wir ganz 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 schnell. Die Norekern angreifen. Die vielleicht vernichten bevor sie hier irgendwie Großgebiete erobern. Und dann können wir uns nämlich hier vielleicht noch die ein oder andere Provinz abgreifen. Und können uns dann entweder gegen die Gallier wenden. Oder gegen die Dacia. Oder gegen die Römer. Wie auch immer wie schnell die hier halt eben vorstoßen. Aber im Moment möchte ich eigentlich gerne erst mal ein Handelsabkommen mit den Römern. Nein. Wir werden es nicht akzeptieren. Das ist teuer. Aber das nehmen wir an. 1100 eigentlich geht's. 100 jede Runde. Das können wir aufbieten. Das können wir aufbieten. Ja. Gut. Okay. Dafür haben wir Handelsrechte mit denen. Falls wir irgendwann mal über eine Grenze mit denen verfügen. So. Ähm. Dann kommt der Diplomate als nächstes mal hier rüber zu den... ...werten... ...darkhörnen. Äh echt. Ich weiß... Eigentlich wollte ich mich ja mit den Römern verbünden, aber jetzt habe ich es doch nicht gemacht. Ich weiß auch nicht, wie sinnvoll das unbedingt ist. Und ob sie es angenommen haben, ist die andere Frage. Äh. Wir gucken einfach mal. Was denn da so geht. Mit wem wir uns denn gut verbünden könnten rein theoretisch. Naja. Gut. Okay. Ähm. Ja. So. Neue Runde. Neues Glück. Ähm. Mal schauen, was hier so weiter geht. Da belagern wir ja noch. Ähm. 900 haben wir gerade übrig. Da müssen wir irgendwo hin reinstecken können. Frage ist nur in was. Ähm. Vielleicht nochmal in so einen Tempel hier. Wobei ich will eigentlich Kohle kriegen. Sollten wir da mal was anderes bauen. Hier könnten wir sowas bauen natürlich. Oder sowas. Hier. Hier. Wo kriegt man denn mehr durch Handel. 256. Und. 162. Würde ich sagen, bauen wir mal hier noch den Markt aus. Ob wir die Kohle überhaupt dafür haben. Ja genau. Hier das da. Gut. Gut. Unser werte Spion darf natürlich auch da hoch. Wieder weiter. Auf mein Weg. Blöd nur, dass wir gerade so relativ wenig Geld bekommen. Nicht doof. Ja mein Herr. Keine mehr Bewegungen. Ähm. Ja gut. Okay. Hier belangen wir noch. Das sollte jetzt dann gleich was werden. Ja. So. Und die nächste Schlacht. Wirklich sehr schlachtenreicher Part. Ähm. Das wird man ja bald herausfinden. Ob hier diese Typen mit Schild irgendwie besser sind. als die ohne. So. Die dürfen mal hier schon hin reiten. Jeweils auf die linke und auf die rechte Flanke. So. Ich finde es krass, wenn man die Rundenberechnung nicht mitlaufen lässt. In. Ich denke das schon in jedem Let's Play. Wie viele. Äh. Wie viel Zeit da einfach gespart wird. In Anführungszeichen. Schon krass. Vielleicht kommen mir diese Part auch nur so unendlich lange vor. Weil ähm. Ich ja so ein bisschen Linksprobleme hatte. Weil mir einmal. Da habe ich ja diese Runde beendet. Äh. Die Runde beendet. Und die Aufnahme nicht beendet. Und. Naja. Ich glaube. Und da ist ja mein Fraps abgestürzt. Da muss ich mich darum kümmern und so. Vielleicht lag es auch da ein bisschen jetzt in dem Part. Warte mal bevor ihr da angreift. Mal vorbei. Komm. Also. Ist nicht trotzdem. Skirmisher kann man gerade auch schon mal angreifen mit einer Einheit Kaff. Ist so derbisch schlecht. Ist so derbisch schlecht. Seht sehr gut für uns aus. Wenn wir aufrecht und standhaft bleiben, ist der Sieg unser. Meine Truppen sind so derbisch schlecht. Das gibt es nicht. Stimm. Okay. Es find nicht. die sollten uns gleich fliehen hier zeit den angriff alle zivilisierten mal was sie haben innerhalb von so kurzer zeit 130 mann oh gott sind die germanen schlecht oh gott oh gott die germanischen truppen sind ja echt nicht so der hammer das hätte ich nicht erwartet ich würde sagen wir können es durch unsere gute wirtschaft ausgleichen aber so haben wir jetzt auch nicht wobei es am 3490 bekommen warum auch immer ob sie erstmal die farm wieder noch mal kurz unsere städte durch hier gibt es sowieso nichts mehr zu bauen niedriger steuersatz ist drin ok gut hier gibt es auch nichts zu bauen aber hier gibt es dafür was zu bauen gehen wir mal auf den steuersatz 1 hoch mit dem steuersatz und uns hier die zehn prozent bessere zufriedenheit der bevölkerung noch viel in der position an able to move können jetzt natürlich auch drei stellen und sonst hier zwischen die norika und die dark hier mogeln aber ich glaube das ist ein bisschen gefährlich kotina wo schon kotina ist das ist die stadt hier ok kotina das will ich jetzt auch nicht unbedingt mehr trauen aber die drüben da ja warum eigentlich nicht die könnten sich holen die stadt muss man mal ein paar einheiten hier lassen natürlich na gut dann haben wir jetzt halt ein bisschen viel kraft dabei und kaum nachkämpfe dann schicken wir mal eine kraft einheit da wieder rein in die stadt dafür nehmt die hier raus und die hier auch noch raus nehmen ne kann man nicht ok gut dann geht ihr halt da wieder rein oder ne ihr geht da rein naja das sollte man eigentlich gut schaffen das sind ja vier einheiten so lange muss wir catchen können mit unserer kavalerie sollte das eigentlich alles immer ganz gut hinhauen diese rebellen army nervt mich übrigens auch ziemlich kann dann überlegen was wir mit dem general hier machen können kann schicken wir mal da runter hier und die stadt kann wachsen cool 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 stimmt ich bin gerade gar nicht mehr weiter durchgegangen durch die städte von uns naja wenn es wachsen kann dann kann es auch mehr steuern vertragen wenigstens normaler steuersatz bringt immerhin etwas so ja so neue mission wir sollen mit den darken reden das hatte ich eigentlich sowieso schon vor mit denen vielleicht eine allianz eingehen ich weiß gar nicht vielleicht wäre das ganz nett sehr gut sie haben es akzeptiert es ist und cool also dann haben wir uns jetzt mit denen verbündet das kann ganz interessant werden und ich gehe mal sicher zu den drakern ok dann sind die im krieg miteinander oder was nächstes nicht ok gut 500 denare kommen auf jeden fall auch gut gebrauchen und jetzt kriegt man endlich spear warband hier das habe ich ja nicht gebaut dass wir die bekommen jetzt kreft man es ging es da und das ist deswegen bekommen möchtest interessant naja glaube ich ist ja fast nicht aber ok so das hier brauchen wir jetzt unbedingt da gibt es dann gute truppen pro meeting hall hier sieht man schon spiel warband arry various chatty various und jerusky äh schwartzmann kann man auf jeden fall denke ich mal ganz gut gebrauchen bauen wir mal so dass ich das erste was gibt es denn hier so für gebäude zu bauen die wir ganz gut gebrauchen könnten auf jeden fall mal wow sehr hoher steuersatz warum auch nicht äh straßen hier oben gibt es immer noch nichts zu bauen hier unten können wir natürlich mal nochmal was bauen wir hier denn ähm ich würde sagen bei uns so ein schrein ist heute hartes ja andere frage was sind die eigentlich diese berserker ach die berserker sind die hier cool cool ja warum auch nicht kann man uns hier halt auch mal rekrutieren äh vielleicht sind sie cool vielleicht können sie auch was so so ähm und dann bin ich gerade am überlegen haben wir noch irgendwas vergessen ich möchte eigentlich nur mal gucken wie es den hier oben geht so ähm können wir uns eine prinzessin hier umbringen vielleicht schmeucheln lassen das war mein eigener das war gerade voll komisch äh naja wir brauchen noch keine lady umbringen brauchen wir unbedingt nicht machen äh auch nicht unbedingt so ich würde sagen wir holen uns jetzt mal noch vielleicht eine einheit von diesen berserkern 125 sind das nur interessant eine von den berserkern vielleicht oder vielleicht gleich zwei ne eine berserkereinheit und eine von diesen sperrbanden hier gut und dann sehen wir uns im nächsten part in der nächsten runde bis dann vielen dank fürs zusehen freue mich über kommentare likes etc wobei ich die kommentare dann erst beantworten kann wenn ich aus polen wieder zurück bin wobei ich gar nicht weiß wann dieses video eigentlich rauskommt um ehrlich zu sein je nachdem wie mein youtube upload meint drauf zu sein weil der spackt im moment in letzter zeit ein bisschen rum naja also bis dann ciao leute